Autobahnkontrolle auf der A1 bei Hamburg. Die Polizeikommissare aus Winsen-Lue, Steffen Marquardt und Peter Schilling haben heute besonders LKW im Visier. Der hat ein schiefes Dach, würde ich mal sagen. Ganz leicht schief. Das heißt, der ist hier zumindest höher als vier Meter. Also die Erfahrung zeigt halt immer wieder, dass es auch immer ganz viele, es ist ja mal schwarze Schafe in Anführungszeichen gibt, die halt die rechtlichen Bestimmungen umgeben wollen. Und je öfter man kontrolliert, desto eher wissen die Fahrzeugführer letztendlich auch, okay, sie stehen unter Beobachtung. Sie sind für den Transport verantwortlich und je härter dann die Strafen sind, beziehungsweise je öfter sie dann angehalten und kontrolliert werden und vielleicht das eine oder andere Mal abgestraft werden. Vielleicht lernen sie dann auch zu. Wie gesagt, es geht ja auch ganz oft um den Tierschutz einfach, um den artgerechten Transport. Und um das dann zu gewährleisten, da hilft halt nur die Kontrolldichte. Vieh-Transporte legen häufig viele hundert Kilometer zurück. Überladung oder ein nicht artgerechter Transport sind dabei die häufigsten Mängel. Hallo, schönen guten Tag. Eine Verkehrskontrolle, Führerschein und die Fahrzeugscheine behält. Beide Fahrer oder nur einer? Nur einer, nur er. Nur er Fahrer oder was? Und Sie, Betreuer? Was haben Sie für einen Auftrag? What do you do in this car? Why do you stay in this car? Der Begleiter gibt sich als Schwager des Fahrers aus und hält sich ansonsten bedeckt. So, dann mal einmal die Fahrerkarte. Und jetzt noch mal zwei drücken. So, dann brauche ich Zulassung für Tiertransport für die Firma. In gut sprach Deutsch, Lizenze. Lizenz, okay. Ja, hier. Die Lizenz. Ist alles drin? Ja. Auch eine Lizenz? Nein, nein. Dänemark oder Deutsch? Von Dänemark. Dänemark, okay. Hier haben wir jetzt einen Ferkeltransport aus Dänemark nach, da muss ich mal schauen. Wo geht das hin? Löning. Das sind 449 Ferkel, die vom Züchter zum Mäster gebracht werden. Und jetzt haben wir hier zu überprüfen, ob das alles so richtig ist. Gewogen worden, wie Genote. Ja, perfekt. Gut, er hat also in diesem Fall, das ist ja auch immer ein Punkt, das Gewicht. Er hat in diesem Fall oder ist in diesem Fall vor der Abfahrt gewogen worden in Dänemark und hat jetzt also aktuell ein Gewicht von 34.620 Kilogramm. Können wir einmal kurz aufmachen, an der Seite einmal reingucken. Steffen, machst du mal die Höhenmesslehre klar und guckst mal hinten an der Ecke. Drei Monate sind die Ferkel aus Dänemark jetzt alt. Weitere drei Monate Mast im Emsland steht den Tieren noch bevor, bis es dann zum Schlachter geht. Haben tatsächlich alle Tiere genügend Platz auf dem Viehtransporter? Peter Schilling prüft genau. Doch die Tiere scheinen auf den ersten Blick alle wohlauf zu sein. Bleibt noch das Problem mit der Höhe des Lkw. Okay, vier Decks oder fünf? Dreieinhalb. Dreieinhalb, ja okay. Okay. Das Problem, hinten die Ecke, ist das Dach hoch? Da steht er ein bisschen hoch, ne? Oh. Einmal natürlich probieren, machen wir das. Ja. Warten wir noch einen Moment. Moment noch warten, der Kollege einmal messen. Also wir haben hier das Problem, dass offensichtlich an der linken Seite das Hubdach so ein bisschen hoch steht. Also entweder er hat ein technisches Problem oder er hat es nicht richtig zugemacht. Auf jeden Fall darf er ja maximal vier Meter hoch sein. Und wenn das Hubdach ausgefahren hat, dann überschreitet er die vier Meter und dann wäre das wiederum eine Ordnungswidrigkeit. Jetzt müssen wir sehen, ob das jetzt vielleicht an irgendwelchen technischen Begebenheiten liegt oder ob er das halt einfach nicht weiter runterfahren kann. Was hat er? Vier Meter sieben? Vier Meter acht. Kannst du runterfahren? Ja? Jetzt ist er unten. Das war nochmal auf der anderen Seite bitte. Naja, es gibt ja ganz klar die gesetzlichen Vorschriften und die Brücken sind natürlich auch nach dieser Vorschrift ausgerichtet. Das heißt, wenn er höher als vier Meter ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass er an einer Brücke, die wirklich nur vier Meter hoch ist, halt hängen bleibt mit seinen vier Meter acht. Mit fatalen Folgen für Fahrer, Tiere und andere Verkehrsteilnehmer. Also wie man hier oben sieht, ist dieses Thema Höhe ja durchaus angesagt, weil man sieht ja ganz deutlich, dass er schon mal irgendwo hängen geblieben ist. Also der ist schon mal irgendwo hängen geblieben und aus diesem Grund ist das Dach wahrscheinlich jetzt auch hier zu hoch. Das ganze Ding ist in sich verzogen. Wir haben jetzt hinten vier Meter zwei. Gut, da könnte man gerade noch sagen, dass es okay ist, aber hier haben wir jetzt halt die vier Meter acht und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir damit umgehen. Der Fahrer des Schweinetransporters fragt bei den Polizisten nach. Steffen Markwart erklärt ihm das Problem. Kann ich versuchen, zu öffnen und zu öffnen und zu öffnen und zu öffnen? Der muss aber generell ein Problem gehabt haben, weil hier ist das Problem. Der muss aber generell ein Problem gehabt haben, weil hier ist das Problem. Hier ist ja auch alles eingeditscht. Also der muss irgendwo mal gegengefahren sein. Der Fahrer versucht das Dach zu senken. Doch es klappt nicht. Damit hat der Tiertransport ein ernsthaftes Problem. Wir mussten jetzt hier überlegen, inwieweit wir eine Möglichkeit haben, den verkehrsgerechten Zustand wiederherzustellen. Und aufgrund der Beladung der 450 Ferkel ist es jetzt aktuell nicht möglich, den Zustand herzustellen oder das Fahrzeug stillzulegen. Wir können die Ferkel hier nicht stehen lassen auf dem Parkplatz bei den Temperaturen und wir haben auch keine Möglichkeit, die irgendwo unterzubringen bzw. abzuladen. Das heißt, wir werden ihm jetzt die Weiterfahrt gestatten, werden ihm eine Mängelmeldung mitgeben für den Fahrzeughalter. Und der kriegt eine ganz kurze Frist gesetzt, dass er das Fahrzeug vorführen muss in der richtigen Höhe. Das heißt, das Dach muss gerichtet werden. Innerhalb von acht Tagen muss der Lkw zum TÜV zur Überprüfung. Geschieht dies nicht und gerät der Transporter in eine weitere Kontrolle, droht dem Fahrzeughalter eine saftige Geldstrafe.